Da haben wir ihn, den Börsenexperten. Freistoß durch den Kapitän, Piotr Jäger. Das könnte gefährlich werden und der Ball ist im Netz. Unfassbar, da stand die Mauer katastrophal. Und ich hatte es mir vorangekündigt, dass dieser Mann über einen guten Schuss verfügt. Und das ist jetzt natürlich wirklich Fußballparadox. Jubel in der Ostkurve, Jubel bei den Anhängern von Gornik Sapsche. 49 Minuten absolviert und der Gast führt. Ja, Jan Votok war es, der sich da aus der Mauer löste. Und überhaupt den Winkelpreis gab ins kurze Eck. Und er hatte keine Chance. Da sehen wir es noch einmal. Votok, der da zur Seite geht. Und das ist natürlich doppelt bitter für den... Waluszinski, ein ständiger Gefahrenherd. Der Ein-Mann-Sturm der Polen. Der neue Mann, Uwe Eckel. Vielleicht kann er sich noch einmal durchsetzen. Schieß doch mal, 20 Meter. Und der Ball ist im Netz. Und warum denn nicht gleich so? Die 80. Minute und die Einwechslung hat sich gelohnt. Uwe Eckel in seinem ersten Pflichtspiel für den HSV macht er das 1 zu 1. Das hätte der HSV viel früher machen sollen. Schüsse aus der Distanz. Das waren gute 20 Meter. Und da sieht man, dass Beben unsicher ist. Den Ball muss er eigentlich haben, nach meinem Empfinden. Nicht besonders platziert in die Ecke geschossen. Im HSV und diesem Mann mit der Nummer 14, Uwe Eckel, wird es recht sein. 1 zu 1. 3. 5. 11.